Ich hasse es, dass ich nicht ungefähr abschätzen kann, wie auf welcher Höhe die Gegner sind, wenn die fliegen. Das regt mich auf. Ich will meine Krone nicht verlieren. Hallo Niki, willkommen im Stream. Ich hab mir nicht meine Krone. Bitte hab jetzt irgendein Legner eine Krone, den ich kilde. Da wäre 50 Kronen wie du voll, da wäre scheißegal. Komm, 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 komm. Nicht nachlassen. Oh! Der Rechtser will irgendeiner Faxen machen. Das ist ein Pupsy-Guy. Knie, tschümmel Und komm 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 und friss meine Kugeln Drei Solos Bitte einer, einer reicht schon Du, du hast doch bestimmt eine Drohne Einer von denen muss eine haben Mit deiner Kackdrohne Mit Schammer, let's go Oh Hi Bist ja ganz alleine hier Hi Nimm mit einem Spielschat Na komm 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 Jawoll, episch Ja Ich bring dir Glück anscheinend Nee, ist halt Flo geschafft Ja super Zerstöre, Träume zerstöre Ich weiß, ich kann das Ja, ne ich würde Hallo Leute Hier ist der MC Rossi Fanshop Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies Und vieles, vieles mehr Geht auf den Link in der Videobeschreibung Und holt euch eure Produkte Hier gibt es jede Menge Schaut es euch an Und kauft fleißig ein MC Rossi Shop Alles, was ihr braucht Nein, die kriegen nur die Leute, die ich auswähle Die häufiger im Chat mal schreiben Dankeschön Ja, kommt hierher Kommt hierher Und häufig hier sind Und alle paar Monate gucke ich immer Und dann gibt es auch Leute, die den VIP-Status schon mal verlieren Und dann kriegt es jemand anderes Noch 5.000 Kanalpunkte, der kann ich eher als Fortnite gebaut Ich glaube, den müsste ich nicht fallen wollen, oder? Ja Ich glaube, den Gold-Kanalpunkte, ich glaube, niemand hier mal rankommt Ich habe gerade ein Signal gespielt Von meiner Mutter kommt man auch nicht so leicht dran Über 100.000 Weiß ich nicht Wollen kann doch mal ein bisschen mehr haben Das habe ich auch an den Einnahmen gemerkt War, glaube ich, Sonntag gewesen Ich glaube, der hat die Krone da eine, ne? Falls jemand will Hallo Justus Hallo Justus Da mitten im Wasser liegt eine Krone Und das hat eine Ich habe mich selbst gecrackt Ich bin so dumm Mö Rühm dich trotzdem Das finde ich nett Das ist der letzte Was? Das ist der letzte? Ja, das ist es Gott Nein, wie ist die? Bitte, 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 bitte Rössi, 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 Töten Nein Nein Ich habe eine Krone nicht bekommen Let's go Nee, gerne Ja, Karl, ich gebe den Tipp Einmal nicht sterben Hahaha Ach, denke ich, so ist doch jetzt eine neue Krone Genau Ich spiele nicht wieder mit dir Justus Du bist so unsapathisch Oh Ich spiele nicht wieder Einen kriegst du wieder Ja, vielleicht auch zwei Jetzt werde ich gierig und guck nicht so gierig Ich spiele nicht so nicht administrative Mal, von letzter Hallo Mark Hi läuft doch gar nicht da ist ja nur schon mal kommt auch klar komme schneller hallo nur noch ein meter hinter dir ich habe mich da pelt hier ist er Oh, da war nur ein Bogen drin, der runtergefahren ist. Na super. Dann Bogen. Nehm ich. Ich sag's dir, ich weiß nicht mehr. Was? 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 Es ist nur noch ein Dummer, komm schon, wir müssen das schaffen. Sarah, Kanalpunkte. Hier dringend, äh Kanalpunkte. Marc, bleib stehen, hallo. Nicht mehr weg. Trink. Warten schießen, so wissen die, wo die wir sind. Das werden die gleich sowieso wissen, weil wir sie töten werden. Ich schieße jetzt extra. Ja, geradeaus. Machst du mal live-event mit? Machst du mal live-event mit? Es gibt kein Event. Wie denn? Ist doch jetzt gleich in der Nacht dazu. Ich schwöre, die sind so lau. Die sind richtig lau, sind die. Ich hab ein... Jeden, welche haben gesagt, dass es live-event ist. Ja, wann denn? Mitten in der Woche oder was? Wenn keiner da ist. Ey, dass die... Nee, jetzt. Nee, heute. Wieso... Die neue Season fängt doch am zehnten an. Ich... Wer ist da hinten? Ja, ich will. 22 Uhr 40. 22 Uhr 45? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich versuch ihn zu holen, ne? Ich versuch ihn zu holen, ne? Wann? 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 Der eine ist weg? Komm zu dir? Ja. Der hat minus 120 HP. Ich schwöre, der hat kein da hinten in der Ecke der... Wo kommt der? Wann? Nee, jetzt ist er weggeflogen. Mann, der will mich doch trollen, dieser... Mann, der will mich doch trollen. Mann, der will mich doch trollen. Nein, will der nicht. Will nur das unnötige hinausführen. Da! Hab ihn! Eppich! Sarah? Was? Eppich! Ich hab wieder so viele Nachher spielen. Habt ihr eppich für die... Ähm, habt ihr eppich für die geholt? Ja Mann. Wir haben jetzt auch.